Nein, nein, können wir aufhören. Jetzt komm, nein, nehmt sowas. Ey, das ist Substantiv, komm da her. Nein, 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 mach was anderes. Was ist denn das überhaupt? Oh, hallo. Nein, jetzt komm. Was ist denn das? Okay, machen wir Flieferflug, wer anfängt. Fang an. Ist es für niemand? Okay, FC Augsburg. Union Berlin. Bayern München. RBC. Dortmund. Schalke. Köln. Gladbach. Bremen. Frankfurt. Düsseldorf. Haben wir Köln schon? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nichts, da war noch. Ich bin nicht dran, oder? Nicht mal. Das ist okay. Hä? Du warst dran. Was hast denn du gesagt? Was habe ich davor gesagt? Kein Durchschnitt, weil ich jetzt zehnmal gerade auf Köln schon ist. Bremen, ne? Dann hast du mich gerade auf Köln. Das Thema habe ich gar nicht gehört, weil ich hätte Hoffenheim gesagt. Einser für mich. Oder? Wie lange haben wir denn Zeit überhaupt? Ja, der hat den Konter an der Zeit. Ich habe dich gar nicht gehört. Ich habe noch zwei Cups. Ich habe nach Paderborn, hätte ich auf jeden Fall nach Großhoffenheim, Freiburg, in Freiburg, in Freiburg, in Freiburg, in Paderborn habe ich im Hinterkopf noch Cups als Joker. Ich wusste gar nicht, dass ich dran bin, oder? Hamburg? Nein. Ich höre, wann hast du denn Bremen gesagt? Ist egal, oder? Ich habe gar nicht gehört. Hat der überhaupt Bremen gesagt? Ja, er hat es gehört. Ich habe mich gar nicht gehört. Das ist schlecht. Naja, er hat vielleicht keine Zähne. Du musst Leute verspüchen, oder? Nein, nein. Können wir aufhören? Jetzt kommt, nein. Nehmt sowas. Ey, wie Substantiv kommt da her. Ich weiß nicht, was ist Substantiv? Nein, nein. Mach was anderes. Was ist denn das? Oh, hallo. Nein, jetzt kommt es. Was ist denn das? Großgeschriebenen Wörter, oder? Nein, jetzt kommt es. Das würde dir wohl winken. Nein. Wir können das ja machen und dann eventuell einfach aufschneiden. Okay. Das macht doch weh. Also, was hast du denn? Also, alle großgeschriebenen Wörter in dem Lied atemlos? Genau. Also, atemlos. Also, das hängt ja mit richtig an. Das ist falsch. Wieso, wenn das ist der Satzanfang? Ja, 1 zu 1. Ja. Juhu. Gleichberechtigung. 1 zu 1. Sehr gut. Ey, Mann, so was. Wir fangen nicht an mit Substantiv. Ja, hast falsch gemacht. 1 zu 1. Gleichberechtigung. Ich hätte gerade auch noch was Gutes. Nachteil, oder? Nachteil, oder? Nachteil, oder? Nachteil, oder? Nachteil, oder? Nachteil, oder? Ja, das ist auch wieder falsch gewesen. Aber mir hätte ich auch eine große Art, wenn ich zu finde. Nachteil, oder? Nachteil, oder? Nachteil, oder? 1. Artikel bei uns im Fanshop. Ein Schal. Ein Fanschal. Was heißt denn, jetzt können wir jetzt einfach Puddi sagen oder Wichel machen was Besonderes? Ja, natürlich. Ich habe schon gesagt, Schal habe ich gesehen. Schal, Mütze. Das Heimtrikot. Auswärts-Trikot. Oder zählt nur ein Trikot? Ne, das stimmt schon. Es gibt ja Heim- und Auswärts-Trikot. Was wollen wir noch zweimal sagen? Ich weiß nicht, ob das Torwart-Trikot kann man ja... Ja! Warum denn? Das ist ja auch wieder eins. Das kann man ja auch kaufen. Dann sage ich halt eine Tasse. Mit dem Homburg-Zahindroof. Aufkleber. Weihnachten weiß ich, dass es ein Adventskalender von Homburg gab. Schlüsselanleger. Eine Bettwäsche von Homburg. Kissen. Das ist ja Bettwäsche. Es gibt ein einzelnes Kissen noch. Okay. Entschuldigung. Ist ja gut, muss ich nicht gleich so aggressiv werden. Ach, Barihäuse. 50-50 Handtuk. Ist gut, oder? Jokel habe ich noch. Machst du noch Jokel? Ja. Die wird schlafen. Ruhe. Mein absoluter Joke wäre die Anglermitze gewesen. Die Startaufstellung und die Hinspiel gegen die Brücken. Soll ich einfach? Ja, fangen wir an. Also fangen wir vorhin an. Saalfeld. Kevin Meick. Maurice Neubauer. Stegi. Inverteidigung von Meick und von vorne. Meier. Steiner. Sommer. Tyson. Carly Karlsson. Telt? Ja, dann war mit Dani, oder? Dani war mit... Lienhard? Ich habe gedacht, wir haben am Anfang gesprungen. Ich habe überlegt. 2-2. Das geht ja auch wieder dramatisch hier. Ich dachte, wir haben am Anfang die Beispiele. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall, da kannst du dich nur blamieren. Das ist gar nicht. Ne, komm, fangen wir an. Bayern. Was ist okay für dich? Baden-Württemberg. Saarland. Sachsen. Sachsen-Anhalt. Mecklenburg-Vorpommern. Einland-Pfalz. Hamburg. Schleswig-Holstein. Nordrhein-Westfalen. Bremen. Niedersachsen. Brandenburg. Berlin. Ich weiß gar nicht, was noch fehlt. Thüringen. Scheiße. Was fehlt denn jetzt? Essen. Also da möchte ich... Warte mal, das ist... Du hast bald das gewusst. War das alles natürlich? Ja, ja. Aber da habe ich... Du willst essen oder was? Bayern. Dortmund. Frankfurt. Schalke. Gladbach muss auch mal gewonnen haben. Gladbach. Was haben wir denn? Werder. Werder. Was? Ist nicht... Ja. Dremen wäre doch gewesen, jo. Alter. Werder wäre doch einigen. Kleine Blau wäre das gewesen. Dremen. Mal vergeben. Weil... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.